Wir wissen, dass wir am Samstag auch noch etwas im Winter tun. Ich hoffe, dass wir das noch sagen. Die Flyer sind ja draussen. Nein, ich bin echt gemüht. Rettungspiel natürlich auch am Mittag. Schön, auch hier mit dem Töckchen. Ja. Entschuldigung, ich bin oben oben. Entschuldigung. Wir haben die Flyer vor allem, selbstverständlich. Wir machen hier extra einen kurzeren Rundgang heute. Es ist nicht so langweilig, ewig lang zuzuschauen. Ich bin gespannt, was da vorne passiert. Die Polizei haben wir noch angefahren. Den noch nicht allzu gross irgendwie. Aber es ist nicht schön drin. Ah ja, es ist in der Bildung. Ich glaube, die sind einfach da, dass sie da sind. Das ist okay. Ich glaube, die sind sehr schön. Das sind wahnsinn. Ich glaube, es gibt einen Töckchen. Es ist vielleicht auf den Dschappen, was sie hier gemacht haben. Passt das auf die Atas haben. Ich glaube, es ist noch nicht so. Vielen Dank.